Angriffen werden alte Türme, aber die können eh vernichtet werden, das ist okay. Das scheint soweit alles zu laufen. Batterien sind voll, ja. Das Ding ist auf, voll. Machen wir mal zwei Stacks hier. Ein bisschen größerer Puffer ist schon okay. Okay. Tränke. Tränke sind wichtig. Mach Tränke schneller. Mach blaue Tränke schneller. Mach brown Chips schneller. Okay, schon brauche ich mehr Fabriken. Bauen wir davon. Wohin hapert es jetzt? Nur am Brass. Okay, das hole ich mir gleich wieder ab. Hier runter, 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 runter. Oh, ist das schön. Ich kann jetzt alle Fabriken schnell machen. Wobei ich auch gerne diese ersten Zwischenschritte irgendwo automatisiert hätte. Und dann brauche ich wieder noch mehr Fabriken. Und noch mehr Fabriken. Und wie war das jetzt mit einem besseren Schmelz irgendwie? Da. Zwei Stück kann ich bauen, dann brauche ich Eisen. Das ist ziemlich oldschool Eisen zu brauchen. Hier nehmen wir schon was an Eisen. Äh, jo, 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 jo. Die werden gebaut. Okay, also wesentlich schneller Fabriken, wesentlich bessere Einschmelzanlagen. Das heißt, wir können das auch alles stutzen und die Kisten nach hier packen. Dann kann das hier mal weg. Und macht den Drill mal bitte hier hin. Und in eine lila Kiste. Damit wir das Feld auch leer bekommen. Die Felder hätte ich eigentlich auch ganz gerne weg, aber das... Ja komm, mach's weg. Mach einfach so. Und dann... Brauchten wir noch eine lila Kiste. Mist. Hier brechen das mal kurz ab. Ah, die brauchen ein bisschen, ne? Das muss kurz alles weg. Wir brauchen noch lila Kisten. Prioritäten und so. Flup, 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 flup. Da kommen die lila Kisten. So, alles da rein. Ganz komischen Edelsteine. So, das Feld da leer wirft. So, und jetzt die... Schmälseöfen. Gut. Haben wir schon welche da? Zwei Stück. Das heißt, wir schmeißen die jetzt einfach hier. Warum kann ich die nicht einfach drüber schreiben? Ach, du bist schon Zweier. Hatten wir doch schon ein paar gebaut. Ja, die, die so einen Blauton haben, so einen leichten. Gut. Also noch mehr Schmälseöfen da. Noch mehr auf dem Weg. Das heißt, die ganze Erzgeschichte hier sollten wir langsam im Griff haben. Wie sieht es allgemein mit Ressourcen aus? 53.000 Eisenplatten, 23.000 Kupfer. Das nähert sich doch langsam den 100.000, die ich immer auf Reserve haben wollte, am Ende der letzten Staffel. Das ist ein sehr gutes Zeichen, wenn wir jetzt schon in die Größenordnung kommen. Allerdings verbrauchen wir auch nicht so viel, wie wir eigentlich verbrauchen sollten. Eigentlich sollte ich zwei Fabriken haben, die braunen Chips herstellt. Ich sollte zwei haben für rote Tränke, zwei für grüne, zwei für blaue. Ich sollte eigentlich, keine Ahnung, vier haben, die weiße Chips herstellt und alle Subkomponenten auch viermalen und all sowas. Also wir halten uns noch ziemlich zurück, was das angeht. Es fehlen weiße Grisselbretter. Weiße Grisselbretter waren die einzigen Sachen, die unten hergestellt wurden, oder? Wegen der Ferric-Solution? Ja. Okay, das heißt, du musst unbedingt schnell vermittelt werden. Das sind die Kanister. Geben wir mal die Kanister. Und dann füllen wir diese Ferric-Solution da jetzt gleich rein. Und zwar hier irgendwo. Dafür brauchen wir wieder die komischen Pumpen, richtig? So, du füllst das. Nein, andersrum. Äh. Achso, wir müssen nur die Kanister reinschmeißen? Dann kommt das raus. Raus, rein. Du willst leere Kanister haben. Äh. Was? Leere Kanister. Auch nicht so schön hier, aber was sollst. Mach mal hier eine Kiste für mit blau und du hättest gerne Solarplates. Also, ich nehme das Ding jetzt auseinander, ohne dass es merkt, dass es auseinander genommen wird. Das ist der Plan. Äh. Solderplates? Da. Das heißt, ich kann jetzt das hier hinten alles kappen. Weil hier vorne sichergestellt ist, dass die Solderplates, die oben hergestellt werden, hier nach unten geflogen werden. Und so kriege ich schon mal ein bisschen was von dem Bewussel hier weg. Ich weiß, das kann alles zerstört werden. Das bitte alles mitnehmen. Ey, ich brauche eine lila Kiste. Und schmeiß da bitte alles rein, was wir gerade nicht so hundertprozentig dringend super doll brauchen. Wie das zum Beispiel alles. Und die Steel Bearings und, ne? Gedöns. Ein Unsorted Gem. Crack Walls. Das können wir vielleicht noch brauchen. Eine Leiche. So. Weg, weg, weg. Alles okay. So, aus dir machen wir auch mal eine lila Kiste. Und hier haben wir jetzt ganz viel Nickel und Blei. Das sollte eigentlich durchgehend angefordert werden von den Sonderschmelzen. Die allerdings kein Blei einfordern. Warum nicht? Blei. So. Ja, die sind alle ziemlich beschäftigt mit Tin und jetzt Blei. Silber haben wir gar nicht so viel im System gehabt. Das wundert mich ein bisschen. Und Gold. Ja, Gold brauchten wir auch. Für ein, zwei Sachen. Haben wir allerdings keine Miene für. Wir brauchen viel mehr Roboter, ha? Ja, sind alle ausgelastet. Haben wir jetzt inzwischen blaue Trinke im System? Ja, da unten sehe ich 60 Stück. Das heißt, wir haben jetzt... Wie viel werde ich angefordert? Zehn. Wir haben jetzt 120 hier plus die 60 im System. Also wir haben bald knapp 200. Extend Ghost. Ach so, dass das denn länger hält, bevor das Blut schon verschwindet. Ja, nee, das ist mir gerade nicht so wichtig. Was ich jetzt gerne hätte, wären Force Fields. Hm. Allow us building green Force Fields. Ist wahrscheinlich ein Unterschied da. Ne, ich will das Ding hier haben. 400 blaue Trinke. Ja, das ist problematisch. Kann ich irgendwie die blaue Trinkproduktion noch pushen? Mit Speedmodulen, ja. Das heißt, ich müsste Gold jagen gehen. Ja, wobei, wir müssen die 200, die wir jetzt hier haben, auch erst mal verforschen. Und derzeit, wo das verforscht wird, stellen wir ja neue her. Ja, also sollte es eigentlich okay sein? Ja, mach. Okay, 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 okay. Ähm. Es sah aus wie eine Substation. Es sah aus wie eine Substation. Da. Go. Ja, die werden jetzt alle fleißig am Forschen sein. Du. Oh Gott. Andere vom Osten, aber ist alles okay. Ich laufe jetzt derweil nach oben. Hier war nämlich irgendwo ein Goldfeld. Das würde ich ganz gerne ein bisschen abarbeiten. Wobei ich das sechs. Wobei ich das eigentlich ganz gerne mit einer ordentlichen Spitzhacke machen würde. Aber ich glaube, ich habe gar keine A-Dite-Spitzhacken-Forschung bisher gemacht. Also ich muss jetzt echt so abbauen. Wie viel brauche ich davon? Ein Speedmodul. 0,8 Gold. Achso, das geht ja sogar. Das heißt, jedes Mal hier einmal den Balken unten durchrattern lassen, ist ein Speedmodul. Also wir könnten jetzt schon 20, naja, 22 herstellen. Oh, das reicht mir. Ich brauche eigentlich viel mehr. Nein, also für das Wichtigste reicht erstmal eine Handvoll. Das ist okay. Das heißt, ich stelle davon schon mal ein paar her. Und davon schon mal ein paar her. Und laufe dann an komischen Sachen vorbei. Und schmeiße das Gold dann hier rein. Direkt. Das, ne? So, dann tue ich weg. Alien-Lampen. Alien-Lampen waren noch eine Sache. Aber da weiß ich gerade nicht, was fehlt. Achso, da brauchten wir das komische... Das Ding da. Das Ding da. Das brauchen wir das da. Und da brauchen wir das Grüne in einem P. Okay. Bauen P. Ich hole das Grüne. Das war alles hier unten. Und das wuchert hier auch immer mehr, ne? Die Juki-Ecke. Das heißt, ich setze das P jetzt einfach hier ran. Lass es von da befüllen. Und du machst bitte das da. Du produzierst Schlacke. Die Schlacke kommt bitte raus. Ja, Schlacke raus. Du filterst nur bitte Schlacke. In eine rosa Kiste. So. Und dann kommt hier ein Ärmchen hin, das das andere rausnimmt. Das da. Nimm das da. Und das kommt jetzt in noch ein P. So. Und stellt dann das da her. Und das kommt dann in eine rote Kiste. Und wird beschränkt auf zwei Stacks. Und das müsste das gewesen sein. Hm. Gut. Gut, gut, gut. Warum arbeitest du nicht? Weil wir kein blaues Zug mehr haben. Ne, okay. So, her damit. Bau bitte. Ehe Lampen. So. Wo haben wir Ehe Lampen? Da ist eine. Da oben ist eine. Ich baue mal das. Ich glaube, ich sollte eher hier irgendwo in der Mitte das hinbauen. Das sind, glaube ich, die Lücken. Am Rand hatten wir das einigermaßen abgedeckt. Also verteile ich jetzt einfach mal so sporadisch. Random. Die Dinge. Und hoffe, dass denn das Flackern aufhört. So. Hinten vielleicht noch. Ein Schmelzen. Hier so. Gut. Also, Strom ist okay. Forschung für das Augsfield-Ding ist bald fertig. Dann hätten wir ein 100x100er-Fade. Was die Stromabdeckung einfach nur genial macht. Ich sollte noch sehr, sehr, sehr viel automatisieren. Ja, baue mal noch mehr Fabriken. Und ich brauche Robber. Ich brauche noch mehr Logistik-Slots. Definitiv. Die gib mir. Yeah. Oh, ah. Da. Robber. Haben wir. Ja. Dafür haben wir extra eine Anlage. Sehr gut. Oh. 6 MK2 Schmelzerufen. Sehr schön. Ja. Also für die nächsten Folgen. Das hier wegmachen. Die. Akkus. Weitermachen. Dass es auch optisch mal wieder gut aussieht hier. Und eigentlich alle zu MK2 machen. Dann. Weiter das Ding hier auseinander nehmen. Und dafür das Ding hier oben pushen. Dass die Weißschiff-Produktion komplett hier oben ist. Dafür müssten wir die weißen Griselbrette allerdings hier rausnehmen. Und dafür müssten wir diese Umfüllanlage auch wirklich effektiv mal nutzen. Und nicht einfach nur so, wie es jetzt gerade funktioniert. Dafür müssten wir allerdings hier oben das mit dem komischen Flüssigkeitsding hinbauen. Das finde ich echt ungeschickt gelöst. Also ja, diese Dinger brauchen nicht so viel Platz für eine Fabrik. Aber sie sehen halt nicht aus wie eine Fabrik. Das heißt, wenn ich jetzt hier weiße Griselbretter herstellen wollen würde, dann müsste ich daneben irgendwo so eine Entleerungsstation hinbauen. Also das da. Und dann hier eine Entleerungsstation. Und das sieht einfach nicht so wirklich toll aus. Wobei hier könnte ich es kaschieren mit ganz, ganz vielen gelben Kisten. Was gar immer so eine schlechte Idee ist. Und du entleerst die dann. Brauchst dann aber auch jeweils eine Kiste, ne? Ja, brauchst auch Kisten. Und zwar einmal so und einmal so. Du brauchst auch noch gleich ganz viel anderes Zeug. Das ist okay. So, du hättest gerne Ferric Chloride Cannister. Das kommt dann da rein. Wird entfüllt, sozusagen. Und kommt hier ein. Ja, so. Du brauchst Artisten. Und zwar rot und blau. Du brauchst weiße Bretter, Kupfer und Tin. Okay. Tin. Kupfer. Weiße Bretter. Rein, raus. Beschränken auf zwei Stacks. Und das müsste es eigentlich schon sein, ne? Jetzt kann ich in Ruhe das da unten alles zerstören. Achso, erst mal müsstest du auch wieder so eine werden. Damit wir das auch schnell genug herstellen. Weil das ist, glaube ich, gerade das Bottleneck für die Dinger hier. Wir warten immer nur auf die Grisselbretter. Ja. Ja, überall nur die Grisselbretter, die fehlen. Also, eventuell den zweiten davon. Was ist problematisch? Wegen dem Kaschieren. Ich könnte das hier wegmachen und dann hier das irgendwo reinbauen. Ja, mach das mal. Also, mach mal so. So. Shift rechts, shift links. Shift rechts, shift links. Shift rechts, shift links. Mach die da weg. So. So. Dich da hin. Shift rechts, shift links. Und dann nehmen wir jetzt hier die da weg. Oh. Dove Idee. Ich habe ganz viel Zeug jetzt im Überdauer, was ich gar nicht haben sollte. Richtig. Weg, weg, weg. Weg, weg, weg. Oh, nee. Die brauchte ich für die Module. Die setze ich gleich. Die können weg. Wir werden wieder irgendwo angegriffen. Das ist okay. Weg, 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 weg. So. Ähm. Genau. Das heißt, wir machen jetzt hier das Ding hin. Das Ding hin. Mit jeweils wieder Kisten. Komm, der Ämpchen. Ja. Das sieht jetzt auch doof aus. Und das auch. Und, äh. Na gut. Du nimmst es da raus. Du nimmst es da rein. Du hättest gerne die Dinger. Und das war's. Wir bräuchten jetzt wahrscheinlich nur mehr von denen da. So. Und dich noch einstellen, dass du bitte hier die entlädst. Okay. Shift rechts, shift links. So. Jetzt sollte das eigentlich in doppelter Ausführung laufen. Wenn alle Ressourcen gleich angekommen sind. Und damit sollten wir genug weiße Griselbretter haben. Und dadurch müsste der Rest dann auch funktionieren. Schön. Also wird langsam, was die Automatisierung angeht. Ich muss immer noch zwischendurch einen Blick auf den Strom behalten. Ich muss darauf achten, dass genug Brennstoff da ist. Aber das sieht gut aus. Hm. Ja. Und sonst die ganze anderen Sachen machen, die ich eben noch gesagt habe. Mit dem hier weg. Und Akkus außen rum herum. Und die Solar Panels auch. Weil je mehr Solar Panels wir haben, desto weniger Kohle wird verbraucht. Weil halt die Dinger nicht mit 100% Leistung arbeiten. Ja. Vielen Dank.